so leuten damit auch wir kommen unser herzlich willkommen zu einem neuen Video von um heute geht's um also ich habe ein paar Sachen gemacht ich habe einige Rüstung gemacht und ein besonderes Ziel gezähmt was ganz nützlich ist für Palmetto Plus dann zieh dann zeige ich euch das jetzt mal so leute ich habe die Rüstung gemacht ich hab und bei Bienenstock schon gezähmt so eine Bienenkönigin das war was ich euch zeigen wollte aber rexatel ist auch da ich habe auch noch ein Dota dabei gezähmt die drei sind weiblich also das heißt drei Händchen ähm warte mal gucken was das ist die SteelSafebox ich hab da auch noch irgendwo Carbon ich muss mal gucken sagen ich stelle sie mal her ja ich sag es glaube ich so lebt ich hatte gerade gemerkt dass ich das hatte dann hatte nicht das Mikrofon also sorry für die schlechte Qualität ich hab das hergestellt hier easy ich hoffe es ist nicht zu groß so ist eigentlich so behandeln als ob es als ob es ein Schrank wäre da ich stehe ich jetzt mal hier hin alles klar Stieße lagere hier deine ITEMS ah es ist ok es ist um zu den Tresor und es hat sich viel Platz 150 also eigentlich nicht schlecht Leute der Pied ist auch für eine rexatel ich auch schon sattel gemacht Leute Altenlob gefunden ich habe es noch die Objagd abhört nur nach dem Dingsdienst und ja ja und schon die du versorgenst und ja uns eigentlich nicht mehr was ich hier machen soll also ich sagen das heißt mit diesem Video auch rein bis zum nächsten Mal bye bye